Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Bilk. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 115 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2400 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017